Ja, herzlich willkommen zur Water Challenge 2014 der Freiwilligen Feuerwehrstadt Wunsiedel. Zunächst mal herzlicher Dank an den DLRG-Kreisverband Wunsiedel für die Nominierung. Wir stellen uns diese Herausforderung natürlich gerne. Feuerwehr Wunsiedel zur Water Challenge antreten! Florian Wunsiedel, 23.1, Vollstreckung der Water Challenge. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, lieber DLRG-Kreisverband, wie ihr seht, wir machen uns gerne nass. Und fehlt noch die Nominierung? Als erstes nominieren wir unsere Ortsteilwehr Schönbrunn abgrund ihres Jugendfolgerjubiläums. Dann natürlich das BRK Wohnsiedel, die SEG-Bereitschaft. Und zu guter Letzt den THB-Ortsverband Mark Trennwitz. Danke!